Hinweise Nicht so schnell, nicht so schnell. Kleiner. Da eine Kippe. Oh, die kann man noch rauchen. Ja Vielleicht wenn... Nein Oder was ist das? Das ist noch eine Kippe, oder? Sieht schon mal so aus Was haben wir hier? Ja, wer weiß, vielleicht sind da Spuren drauf oder so. Man kann nie wissen. Okay, ist das Teil oben? Nein, alles klar. Mystic Tales Hier ist die ganze Zeit so eine Vibrierung. Halt mal. Was haben wir da? Da ist ein Apfel auf dem Boden. Ich glaube, das wird uns helfen Okay Aber auf dem Tisch. Was ist mit dem Tisch? Nein Müll Okay Das ist nur eine Bierflasche. Nimm das nicht. Brauchst du nicht. Ja, also ich glaube, hier in der Küche finde ich nichts wirklich... Nein, bitte nichts. So, berauschendes. Oder interessant ist es besser gesagt. Was haben wir hier? Schön, gar nichts. Oh, was nehme ich mir denn mit? Was klaue ich ihm? Oh, was nehme ich mir denn mit? Was klaue ich ihm? Also... Ja, also hier gibt es eigentlich nichts wirklich interessantes. Beziehungsweise was interessant scheint. Oh, was fährt denn hier mit? Oh, oh, da haben wir was Nettes, oder? Oh, oh, da haben wir was Nettes, oder? Floyd Rose's Name ist in diesem Buch. Phelps, wir können davon auskommen mit einer Kommendation kommen. Oder unsere Schlongs in ein Hornetsnest. Anrufe es in, Partner. Und lasse das Buch, wo du es gefunden hast. Officer Phelps, 1247. Also hat er es gemeldet. Cool. Will ich jetzt eine Gehaltserhöhung? Die Dine D complexity Das ist gut, Soffen von H 풀. Für mich, Sergeant, aber... Excuse mich? Fuck you, ich bin mal eine Sorte, ich will meine K huskались meine Gehe und werden dich in der Brigg. Alguns sind hier für... Ich weiß, warum Sie hier sind, Asswipe. Ich habe eine schlechte Zeit, Privat. Einige Leute gibt nicht so, ihr seht zu kommen. Ich habe kein Geld über deine Hilfe. Er hat nicht über deine Hilfe. Kannst du諒st diesen Mann? Wer sinds das, Abbott und Costello? Wir sind hier für OCS, Sergeant. So, es sind die drei fucking Stooges, und du bist hier für OCS. Gott, das ganze Land in der USMC. Die Japaner werden die Welt einvergültig und dich schnell verletzt. All drei von euch sind auf Report. Was sind deine fucking Namen? Phelps. Kelso. Merrill. Any andere gentleman für OCS? OCS ist an Elliot. Du gehst den Camp Elliot-Bus über da. Das Bus ist für MCRD. Dieser Bus ist für Männern, die kämpfen wollen. Du gehst den richtigen Platz, Cole. Eine Stadt, die einen honesten Mann braucht, wie ein fachloser Mann braucht, und die Wasser. Du hast die Geschichte gehört, aber du bist nicht interessiert. Du bist hier um zu kämpfen, um die gute Kampf zu lösen. Um zu lösen, um die Fehler zu lösen. Die Fortschritte ist wie Politik. Es gibt keine Stadt auf der Bühne. Du musst wählen. Du musst wählen. Eine Brombeinung, eine Brombeinung, oder ein Greyhound-Ticket in Palookaville. Das kann man immer wieder enden. All units to 211 in progress, und Schuss auf Westlake Savings und Lohn. 1415 West 3rd Street. Unite Handlung Identifikation Code 3 Wir nehmen das. Wir nehmen das. Es sind nur ein paar Blöcke von hier. 14 Atom, kenne KGPL. Wir haben das 211. Roger, 14 Atom, BSI-Suspects sind armiert und gefährlich. KGPL, 14 Atom, auf jeden Fall. Dann gehe ich doch mal hier rein. War mit Absicht. Ernsthaft. Total. Hey, das nicht mehr. Was für eine hässliche Pose hat der denn eingenommen? Perfekt. Was ist mit der anderen Woche? Kann ich wechseln? Anscheinend ja nicht. Aber ich kann nachladen. Juhu. Geht es meinen Kollegen gut? Ja, ihm geht's gut. Ihm geht's prächtig. Er ist in der Blüte seines Lebens. Was schmeißt du mit Sachen auf mich? Das ist gefährlich. Hallo? Was ist da los? Oh, du. Tch. Na. Wow. Tch. 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 Na, da holst du. Wir haben sie alle? Ich glaube, wir haben sie alle, Cole. Es sollte alles klar sein. Okay. No. Lieutenant Hopkins sagt, wenn du die Schockgarten zu erreichen, du wirst weder sterben werden, oder du wirst in den Zitatik. Also ich denke, es ist okay, Ralph. Du hast gut in da. Ich bin glücklich, dass du mein Bruder hatten. Der Mann konnte nicht für einen besseren Partner. Wie süß. Das Kind of Opportunity kommt einmal in einem Jahrzehnt, Hank. Ich muss es verstehen. Du musst es zu überleben, erstes, Cole. Hier sind die Verteidens. Die Japs lieben zu schießen. Wenn ich mich in dieser Krieg schreibe, meine Zukunft... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest, single-handed? You don't seem the Sergeant York-type to me. Wenn ich deine Meinung habe, Kelso, ich will das. Sie sprechen über die Schockgarten wie du in Bootcamp, Cole. Sie nennen es die Custer Syndrome. Die Leute, die sich um die Schmerzen und die Glückwunsch und die alle ihre Männer gebeten, in der Prozess. Unsere Aufgabe ist es zu führen, Kelso. Und ihre Aufgabe ist es zu sterben für dein wunderbarer Zukunft? Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ich bin ja ein Ding. Guy, war ihm zu stark, und Kelso, ein ruhiger Mann, der nie kann von einem Kampf ausgehen. Also, es ist ein Schade, dass du nicht zu reden möchtest, Cole. Ralph, Freunde, die Leute zu bleiben, keine Religion oder Politik zu sprechen. In meinem Fall, du kannst die War zu sein. Ich weiß das, Mom. Wendel Bowers. Ich habe ihn weggebracht, bevor er aufgerollt. Geht nach ihm, Belts! Ich gehe ihn in die Auto. Wendel Bowers, stopp! LFDD, du bist für dich selbst. Warum, du! Schau es! Komm her, komm her, komm her, ich krieg dich. Parkour, Mann, was ist los? Ich krieg dich. Ich weiß nicht, wie viel Ausdauer hat der. So sieht der gar nicht aus. Bowers, häng ihn da! Stopp jetzt, oder ich werde schreien. Ich krieg dich. Wendel, kommst du nicht. Oh, nein, 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 oh, komm. Warte, 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 ich krieg dich, ich krieg dich. Wendel, kommst du nicht. Mein Gott, wie viel Ausdauer hat der. Kommst du wohl da runter? Yay! Na, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, f****! Looks like we've got the place to ourselves. Na, warte. Bam! Komm her! Du Na Okay Wie geht's, Wendel? Dein Paroleofficer fühlt sich schuldig. Er hat ein Schuss in seinem Leben für einen Schuss wie du. Du kannst ihn in 10 Jahren machen. Schau dir die Hände. Dieser Hump wird zurück in dem Iron Hotel am Morgen. Schönes Arbeit, Cole. Du gehst auf der Hochschule? Du gehst auf der Hochschule. Esprit de corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Und es lädt wieder mal. Leadership, Donahoe 8, tschüss.